Musik Im Herzen des Marktes St. Wolfgang im Salzkammergut, in einem historischen Kellergewölbe, erwartet Sie im Hubertuskeller eine einzigartige Atmosphäre der Gemütlichkeit und des Wohlbefindens. Seit dem 14. Mai 1968 öffnen sich die Türen des Hubertuskellers für unsere Gäste. Damals verzauberte die Musik von Karl Haas auf der Zita unserer Abende und wir servierten ausschließlich köstliche Wildgerichte. Jedes Detail im Hubertuskeller, von den kunstvollen Schmiedearbeiten bis hin zur liebevollen Gestaltung, zeugt von echter Handwerkskunst. Seit Anbeginn prägen diese einzigartigen Merkmale, die bis ins letzte Detail selbst geschaffen wurden, den besonderen Charme des Ortes, der bis heute erhalten geblieben ist. 1996 erweiterten wir unser Angebot mit einer wunderschönen Terrasse. Der Hubertuskeller steht für echten Genuss, von sorgfältig ausgewählten, frischen Zutaten der Speisen bis hin zu erlesenen Weinen. Wir verwöhnen ihre Sinne und machen jeden Besuch zu einem unvergesslichen kulinarischen Erlebnis. Unsere Küche bietet gutbürgerliche Speisen und saisonale Spezialitäten. Mit herzlicher Gastfreundschaft und einem engagierten Team sorgen wir dafür, dass sich jeder Gast rundum wohlfühlt. Kommen Sie und erleben Sie selbst, warum der Hubertuskeller seit über einem halben Jahrhundert ein Ort der Freude und des Genusses ist. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.